RentenBescheid24 sagt, früher in Rente gehen, wer das nicht macht, ist selbst dran schuld. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Sie sehen, ich schmunzle selber ein wenig über die Überschrift des Videos, aber ich bin Gott sei Dank nicht ganz allein mit meiner Meinung, dass man, wenn man kann, früher in Rente gehen sollte und wer das dann nicht macht, kann möglicherweise selbst schuld sein. Der Rentenpapst, Professor Raffelhüchen, hat es in einem Focus Online Beitrag selbst bestätigt, wer früher in Rente geht oder wer nicht früher in Rente geht und es machen könnte, ist selbst dran schuld. Und zwar, weil die Altersrente ab 63 ohne Abschläge so unglaublich attraktiv ist. Das heißt also, wer die 45 Jahre Wartezeit erreicht hat und auch das entsprechende Lebensalter, sollte überlegen, ob er nicht schon vorzeitig in Rente geht, weil nämlich über diesen vorzeitigen Rentenbeginn bis zum statistischen Lebensende es für den Versicherten nach den vielen Berechnungen, die vorliegen, es sehr, sehr wirtschaftlich sehr, sehr interessant sein kann, die vorgezogene Altersrente zu beziehen. Ich sage sogar, wer eine Rente mit dem 63. Lebensjahr und Abschläge bekommt, für den kann es auch sehr, sehr interessant sein, in die vorgezogene Rente zu gehen, diese auch zu nehmen und über die längere Lebenslaufzeit, als wenn ich in eine Regelartesrente gehe, hier Rentenleistungen von der deutschen oder von der gesetzlichen Rentenversicherung zu kassieren. Schmackhaft gemacht hat das natürlich auch die neueste Änderung seit dem 01.01.2023, der Wegfall des Hinzuverdienstes oder der Anrechnung des Hinzuverdienstes an eine vorgezogene Altersrente. Also wer das nicht als super Rentenleckerli versteht und begreift, der, so sagt es sogar, Herr Raffelhüchchen sinngemäß, ist selbst dran schuld. Eine Rente und ein Hinzuverdienst nebenbei. Also was Besseres kann es doch wirklich nicht geben. Ich finde, keine schlechte Regelung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 4 13 13 17 50 21 21 22 22